Hier haben wir die Lagerkette, super schöne Lichterketten, ganz hinten rein, ganz kurz drück, aber es ist richtig kalt. Und hier kommen wir dann rein. Na Matthias, wie gefällt dir das Schiff? Mir gefällt das Schiff unheimlich gut. Es gibt hier ganz, ganz viele verschiedene Bars, Restaurants zu entdecken. Und da zeigen wir euch morgen auch noch mehr darüber. Und ja, wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach unten auf Gefällt mir für Reisebürofeller drücken. Und dann seht ihr weitere Videos von der AIDA Prima und vom Reisebürofeller. Ade!